Aber um den hier muss ich mich kümmern. Das war meine Verantwortung. Ist meine Verantwortung. Ich schau mal in die Runde, auch wenn die Zeit gerade ein wenig drängt. Ich hoffe, Vasha ist noch da. Vasha ist weg, da sind Schüsse und Riko ist auf dem Schiff. Die diskutiert da nicht mit dir, die ist weg. Brindigian, was meint ihr? Ich denke mir kommt das Vieh nicht aufs Schiff. Völlig egal, was es ist. Mittlerweile könnt ihr panisches Glockenleut vom Feuerturm hören. Und das von anderen Wachtürmen, die jetzt rund um die Stadt aufwachen und die Stadt wecken. Ach, FA3 aus ihr Sturambock. Na gut, mir nach. Miriam nimm dich schon. Drei Zagen mit. Wir müssen aus Schiff, ja, Laci. Wir können nicht durch die Lange der Hässlichkeiten. Ja, wir gehen zum Schiff. Los, die Leichen sind weg. Also die eine zumindest. Dann könnt ihr schrille Rufe von den Mauern hören. Nur, ja, leise an euch herandrängt. Aber wenn ihr auf die Mauern zueilt, werden sie lauter und lauter. Mach, Alter! Zu den Waffen! Weiteres Glock von den Glocken. Eine Dämonenreiche! Zu den Waffen! Wolfskacke, dieser Tag wird immer besser. Die Stadt dürfte sicher sein, sie haben das Horn des Efforts. Dann, wenn sie zehnmalen wird. Dann, wenn sie die Hoffnung aufbauen. Kommt ein Forts. Dann, wenn sie das in der Zeit verfolgen.